Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Unpacking hier in Plants vs. Zombies. Heute könnte man sagen, haben wir so eine kleine Bonus-Folge, denn wir packen heute sehr viele Päckchen aus, die man nur dann bekommt, wenn man mit irgendeiner Figur Level-Up wird, wie zum Beispiel hier mit dem Wissenschaftler Level 8 geworden, den Ingenieur Level 6, die Sonnenblume auch Level 6, den Soldaten sogar mittlerweile Level 9, bin ich ziemlich stolz drauf, denn je weiter man kommt mit den Levels, umso schwieriger werden auch die Prüfungen. Dann hätten wir hier die Kaktea Level 7, den Schnapper Level 9, All-Star Level 8 und hier drüben nochmal den Ingenieur Level 7. Ja, diese Päckchen bekommt man dann, wenn man ein Level aufsteigt mit irgendeiner Figur und darin sind, soweit ich weiß, auch immer so Random-Karten drin, aber gemünzt auf die einzelnen Figuren, dass man, wenn man jetzt hier mit dem Ingenieur Level-Up wird, auch dann nur Dinge bekommt, die man für den Ingenieur verwenden kann. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und zwar hier vorne bei dem Wissenschaftler. Level 8, wir öffnen dich. Oh, sehr schön, ein Teil sogar drin. Man sieht also, hier kann man auch diverse Sticker dazu bekommen. Dann hätten wir hier die Nerd-Brille und Deutsch. Gut, der Deutsche, Ingenieur Level 6. Oh, immer diese Spannung und wir bekommen jede Menge Hüte. Die klare Brille. Sehr schön, Sonnenblume Level 6. Und wieder hier ein Strohhut, weiße Blume und eine OP-Haube. Soldat, Level 9, drückt die Daumen, dass wir hier einen neuen Sticker kriegen, so einen Gratis-Sticker. Oh yes, 4 von 5. Kriegen wir den heute zusammen, den Soldaten mit der Tarnung, mit der Sniper in der Hand, denn den würde ich auch ganz gerne mal spielen, immer wenn ich gegen ihn gespielt habe. War der doch ziemlich gut. Also ich denke, mit dem kann man doch einiges reißen. Dann hätten wir hier eine neue Geste. Super Fieber. Irgend so ein neuer Tanz. Und als nächstes Level 7 mit der Kaktee. Oh. Oh. Die Kaktee, die sich tarnen kann. 2 von 5. Hier haben wir sehr wenig. Wenn wir heute Glück haben, könnte es sein, dass wir endlich die Feuerkarte hier zusammenkriegen. Geste. Super Flex. So, der Schnapper Level 9. Die Daumen werden gedrückt. Sehr schön. 4 von 5 für die Säure-Gift-Variante. Bin ich auch mal gespannt, wie die so abgeht, denn den Schnapper finde ich eigentlich immer ganz solide. Den kann man eigentlich immer spielen. Und hier noch was Neues. Und zwar organisch. Knoblauch-Knollen. So. 2 hätten wir noch. Und wir nehmen uns den Allstar. Komm. Level 8 mit dem Allstar. Wir bekommen wieder ein neues Teil. Wieder einen neuen Sticker. Und zwar hier 3 von 5. Eine neue Brille mit Scheibenwischer. Lenker. Eine neue Gesichtsbehaarung. Sehr stylisch. Ein richtiger Ladykiller. Ingenieur Level 7. Da könnte ein Sticker drin sein. Oh. Den hier finde ich auch sehr interessant. Das muss irgend so ein, ja, Kfz oder sowas sein. Zeitung. Und hier einmal um die Welt. Eine neue Geste. Der Ingenieur hier so ein bisschen am Abtanzen. Gut. Als nächstes machen wir weiter mit den 10.000 dann. Denn ich würde ganz gerne für meine Eis-Erbse ein paar Verbesserungen kriegen. Ansonsten bekommen wir ja auch hier immer wieder einen Sticker dazu. Wir haben noch einige Charaktere, die wir vorstellen können. Deswegen kaufen wir hier jetzt so ein bisschen ein. Es ist so eine kleine Folge. Mal sehen, was dabei rumkommt. Denn ich will auch nicht zu viele Münzen verdonnern. Denn sonst haben wir viel zu viele Figuren. Und ich muss vieles nach und nach erstmal vorstellen, bevor wir irgendwas Neues rausholen können. Also, 10.000. Mal gucken, wie viele wir machen. Oh, die Daumen werden gedrückt. Oh, 4 von 5. Das könnte was werden. Das könnte hier wirklich was werden. Blau-Grün-Waffendesign. Voll. Und natürlich immer wieder dabei der Team-Neuversuch. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 60 oder so davon. Ja, im G-Erbse kann man immer gebrauchen. Teleskop. Der Vollbart. Der sieht eigentlich ziemlich cool aus. Habe ich schon gesehen bei Sorbus. Den werde ich mir auch mal anziehen. Blau-Grün. Und ja, hier mal 3. Die Dixi-Clo-Zombies. So, wieder 10.000. Die Däumchen werden gedrückt. Oh, 4 von 5. Der Mann mit der Armbrust in der Hand. Z4. Dann hier die Drachenblume. Mal 5. Selbstwiederbelebung. Vampirgeschwindigkeitsbooster. Für Graf Schnappula. Die Heilblume. Und hier nochmal so ein Tattoo für die Sonnenblume. Sehr viele Sachen für die Sonnenblume. Besonders hier. Damit kann ich arbeiten. Denn damit haben wir mehr Geschwindigkeit, wenn wir uns bewegen. immer sehr gut. Und wir sind hier bei vielen relativ am Ende. Also ich wette, heute werden wir mindestens einen zusammen kriegen. Die Chancen, die stehen eigentlich ziemlich gut. So, das nächste. Wir haben ihn. Den Mechaniker. Ein neuer Ingenieur. Yes. Sehr nice. Beinkick. Geste. Sagt Zombie mal 3. Stinkpilz. Was haben wir hier? Doktor giftig. Und zwar mehr Munition. Auch immer sehr gut. Eine neue Brille. Und zwar irgendwelche Ampullen. Die sehen eigentlich ganz witzig aus. Stern überspringen. Ja, die wünscht man sich immer. Die wurden jetzt so ein bisschen seltener. Ich denke, die haben da irgendwas gepatcht. Denn mittlerweile, früher habe ich immer 3, 4 mal Stern überspringen gezogen. Jetzt mittlerweile. In jedem dritten oder vierten Booster ist eins drin. Und dann immer nur mal 2. Höchstens mal 5. War früher so ein bisschen häufiger. Aber so kann man halt extrem schnell leveln. Mittlerweile bin ich ja auch Rang 55. Oh Mann. Den werden wir spielen. Auf jeden Fall. Den werden wir spielen. Bin ich sehr gespannt. So, das nächste Päckchen. Und wir bekommen. Komm schon. Irgendwas geiles, Mann. Da sehe ich eine Waffenverbesserung. Team Neuversuch. Und yes. Meine Güte. Super Kommando. Z4 Armbrust. Endlich habe ich ihn. Mann, Mann, Mann. Eine neue Klasse für den Soldaten. Da freut man sich richtig. Unheilpilz. Irre Bohne. Eine neue Geste. Okay. Hier hätten wir mehr Damage für den Hockeystar. Das ist der mit dem Handschuhwerfer. Erinnert so ein bisschen an Spongebob im Handschuhland. Die gelbliche Sonnenbrille. Ja, aber sehr gute Sachen dabei. Die Zehntausender. Die lohnen sich. Die lohnen sich wirklich. Und wir nehmen noch eins. Weil es so schön ist. Bitte, bitte. Irgendein Upgrade für meine Erbsenkanone. Oh, meine Güte, Soldat. Yes. Yes. Mann, haben wir Glück. Den General. Wir haben den General. Ich dreh durch. Yes, Mann. Schleimpilz. Schleimpilz. Was haben wir hier? Waffendesign. Spielplan. Für den Allstar. Keine Ahnung. Könnte sein. Denke ich mal. Super selten sogar. Super selten. Wieder mal unsere Drachenpflanze. Goldene Hülsen. Sterne überspringen. Mal drei sogar. Da haben wir ja richtig Glück. Und die irren Augen. Ja, sehr schön. Die hier können wir gebrauchen. Denn gerade spiele ich ja sehr viel Gartenkommando. So, wir nehmen noch eins. Oh, yes. Oh, meine Güte. Noch einen Schnapper bekommen. Den Power-Schnapper. Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Was haben wir hier Neues? Zeitung-Zombie. Team Neuversuch. Und hier eine Vorstadt-Tarnung. Sieht auch gar nicht so übel aus, finde ich. Was haben wir hier? Power-Blume. Munition erhöht. Eimer-Zombie. Und hier, ja. Lecker. Da will man gar nicht wissen, wo die schon überall waren. Gut. Wir machen jetzt weiter bis 100.000. Oder sagen wir 106.000. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen hier bei den Pflanzensachen gucken. Denn ich hätte ganz gerne für die Eis-Erbsen ein paar Verbesserungen. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, mehr Munition. Es wäre ganz cool, wenn wir schneller nachladen und eben auch noch mehr Schaden kriegen würden. Deswegen holen wir uns jetzt hier so ein unglaubliches Pflanzen-Pack. Und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Es könnte sein, dass wir noch einen Schnapper zusammenkriegen. Oder mein großer Traum, die Feuer-Kaktäer. Werden wir sie kriegen? Wir werden es jetzt live erleben. Die Spannung wächst. Oh, oh. Was habe ich da gesehen? Yes! Yes! Träume werden wahr. Träume werden wahr. Feuer-Kaktäer. Yes! Yes! Eis-Erne-Jungfrau. Das ist die neue Variante von den Hochwall-Nüssen. Das sind diese Verteidigungsnüsse, die die Kakteen-Art hinstellen kann. Und die hier sind gepanzert und du kannst nur eine hinstellen. Ist so ein bisschen massiver, aber eben weniger Deckung. Dann hätten wir hier super selten die Wollhandschuhe. Und Träume werden wahr. Absolut. Mehr Munition. Nee. Weniger Nachleidezeit. Weniger Nachleidezeit für die Erbse. Laser-Sonnenbrille, Team-Neuversuch, MG-Erbse und hier noch die dünnen Streifen. Ja, das war es mal wieder mit dem Pack-Opening. Jetzt schauen wir mal, denn wir haben hier wirklich einiges Neues bekommen. Einiges Neues. Und zwar hier war nix. Aber hier drüben einen neuen Schnapper dazu bekommen. Den hätte ich auch ganz gerne. Hot Rod würde mich mal interessieren. Ich finde, der hier sieht super aus. Den kennen wir bereits. Und hier neu dabei. Elektrospray. Elektroschock-Schaden. Nachladen. Nicht verfügbar. Extremer Nahbereich. Ja klar, wie immer eben. Man muss ziemlich nah dran, dass man hier Schaden macht. Und hier zwei Verbesserungen schon für den Grafen. Freut mich immer. Und wie man sieht, wir haben noch so viele Dinge, die man hier kriegen kann. Es wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile gehen, das Ganze hier. Dann, mein ganz großer Wunsch. Hier drüben, die Feuer-Kaktäer. Nachladen. Langsam. Distanz, Mittel, Feuerschaden und natürlich als Munition die Feuernadeln. Die Eis-Kaktäer. Die Power-Kaktäer müssen wir uns auch noch anschauen. Noch keine Verbesserung hierfür. Hier schon zwei. Die spiele ich eigentlich mittlerweile auch relativ gerne. Macht schon irgendwie Laune. So, Soldaten. Da haben wir ja richtig abgeräumt. Und zwar direkt zwei Stück. Den hier. Bin ich gespannt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Grüne Zomboss-Kugeln. Trefferschaden. Nachladen schnell. Und eher für die lange Distanz bis mittlere. Was haben wir hier? Goldene Zomboss-Kugeln. Schaden, Schaden, Trefferschaden. Nachladen nicht verfügbar. Wahrscheinlich irgendwas mit Cooldown. Und natürlich eher so für die mittlere Distanz. Hier sehen wir auch noch einen 1 von 5. Gebirgsjäger. Sogar schon mit zwei Verbesserungen. Und ja, sehr viele Accessoires. Dann hatten wir hier noch einen neuen Ingenieur. Und zwar Mechanic. Der hier. Muttern und Bolzen. Trefferschaden. Nachladen. Mittel. Nutzungsdistanz. Mittel. Elektriker. Hier auch schon zwei von drei Verbesserungen. Aber wenn wir hier den Mechaniker haben. Wen haben wir denn hier? Einen Schweißer oder sowas? Bin ich mal gespannt. Zwei von fünf. Gut. Sonst hatten wir nichts Neues, soweit ich weiß. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, welchen Charakter ihr im nächsten Gameplay sehen wollt. Wen sollen wir zocken? Und ich sag wie immer, danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Und tschüss.